Hallo liebe Leute, Grüßt euch zum Gewinterwitz des Tages, heute der Hunde-Name-Witz. Es ist nun mal weit. Hallo liebe Leute, Grüßt euch zum Gewinterwitz des Tages, heute der Hunde-Name-Witz. Und zwar ist es von Martin K. und Grüße geht wieder an Thomas Söller und Targo. Und ihr könnt mir auch ein E-Mail, da könnt ihr noch 2 von euch grüßen. Und der Hunde-Name-Witz geht zu. Fragt der eine Hund den anderen, wie heißt du eigentlich? Dann sagt der andere Hund, ich weiß nicht so recht, ich glaube Sitz. Fragt der eine Hund den anderen, wie heißt du eigentlich? Dann sagt der andere Hund, ich weiß nicht so recht, ich glaube ich heiße Sitz. Und Erklärung, das Hähnchen sagt zum Hund immer Sitz, wenn er sich hinsetzen soll und ruhig sein soll. Dann sagt er tausendmal am Tag Sitz, Sitz, Sitz und jetzt meint der Hund, er heißt Sitz. Dann sagt ereee Okay, schauke abucam.